Guten Tag, liebe Abonnenten! Ich begrüße Sie auf unserem Kanal. In diesem Video erzähle ich Ihnen über die Kompatibilität der Tierkreiszeichen Zwillinge und Waage. Diese Sternzeichen passen perfekt zusammen und ihre Kompatibilität ist ziemlich hoch. Und vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Ihre Meinung in den Kommentaren zu äußern. Vielen Dank voraus! Zwillinge und Waage in Liebe und Beziehung Zwillinge und Waage sind zwei Luftsternzeichen. Ihre Beziehung wird Windböen ähnlich. Es ist schwierig, klare Entwicklungsabschnitte in Ihnen herauszugreifen. Aber Zwillinge und Waage passen perfekt zusammen. Dies sind unglaublich energische und kreative Personen. Menschen, die unter diesen Sternzeichen geboren wurden, verdienen ihren Lebensunterhalt meistens lieber mit ihren Talenten, Ideen und ihrem außergewöhnlichen Denken als mit körperlicher Arbeit. Viele Jahre lang können sie wie ein paar Studenten aussehen, die nicht mit dem Leben belastet sind. Sie lassen den Alltag nicht zur Routine werden, reisen viel und veranstalten regelmäßig Feste in ihrem Zuhause. Es scheint, dass dieses Paar überhaupt an morgen nicht denkt. Zwillinge und Waage leben, wie sie wollen, ohne die Meinung von Außerstehenden zu beachten. Zwischen ihnen kann plötzlich Liebe auflahmen, weil sie viel Spaß und Gutes zusammen haben. Mit der Zeit anfangen sie Nachteile aneinander zu bemerken. Die Waage möchte mehr Klarheit und Stabilität im Leben haben, aber die Zwillinge können ihr sie nicht geben. Die Zukunft dieser Beziehung hängt davon ab, ob sich die Liebenden zum Verständnis kommen. Das Intimleben von Waage und Zwillinge ist voller Experimente, lebendiger Emotionen und Leidenschaft. In ihrer Familie spielen gemeinsames Interesse, aktive Erholung und Kommunikation eine wichtige Rolle, damit sich die Zwillinge und die Waage nicht mit alltäglichen Dingen aufhalten. Von solchen Eltern werden oft sehr kreative und begabte Kinder geboren. Bei einem Paar von Zwillinge Mann und Waage Frau geht es nicht um Liebe auf den ersten Blick. Eine Waage Frau mag anfangs zögern und sogar misstrauerisch gegenüber der schnellen Entwicklung ihrer romantischen Beziehung sein. Doch bald wird ihr Herz alle Zweifel bei der Seite schieben. In der Ehe haben ein Zwillinge Mann und eine Waage Frau gegenseitigen Respekt und Leichtigkeit. Sie streiten nicht über Hausarbeit. Sie leben, wie sie leben, weil sie nicht von Zauberkeit und Ordnung besessen sind. Die Geliebten sind nicht abgeneit, Freunde zum Abendessen einzuladen oder einen Ausflug zu machen. Und das Hauptproblem ist, dass beide Ehepartner kein Verantwortungsbewusstsein haben. Das kann wieder zu Streitereien führen. Im Bett verstehen sie sich nicht sofort. Die Waage Frau versucht das Verlangen ihres Partners zu entwirren und der Zwillinge Mann ist nicht sofort bereit, sich zu öffnen. Mit der Zeit werden sie zu idealen Liebhabern füreinander. Nur die Geburt von Kindern kann eine Waage Frau zum Besseren verändern. Dann lernt sie schnell zu putzen und zu kochen, um die bequemsten Bedienungen für ihre Kinder zu schaffen. Der Zwillinge Mann ist nicht der verantwortungsloseste Vater, aber es mangelt ihm an Genauigkeit. Kompatibilität von Zwillinge Mann und Waage Frau ist gar 90%. Die Waage Mann und Zwillinge Frau Liebe entsteht auf der Grundlage gemeinsamer Interessen. Sie sind wie beste Freunde, immer und überall zusammen. Gleichzeitig begrenzt oder arrangiert keiner der Auserwälteten des anderen und niemand macht die Eifersuchtszenen. Ein Waage Mann und eine Zwillinge Frau können fast sofort nach der Bekanntschaft heiraten. Das Interessante ist, dass sie eine so spontane Entscheidung höchstwahrscheinlich nicht bereuen werden. Sie fühlen sich bequem und interessant zusammen. In der Beziehung solcher Ehepartner gibt es immer einen Platz für Humor, Romantik und Leichtigkeit. Und es gibt gerade den Fall, dass beide Partner bei einem Paar die wichtige Rolle spielen. Waage Mann und Zwillinge Frau sind so interessant zusammen, dass ihre Beziehung zunächst im Allgemeinen nur auf Kommunikation beruhen kann. Wenn es ums Bett geht, passen die Zwillinge Frau und die Waage Mann perfekt zusammen. Romantische Atmosphäre, Leidenschaft, Sinnlichkeit und Abwechslung werden ihnen geboten. Der Waage Mann und Zwillinge Frau haben ziemlich hohe Kompatibilität, 92%. Verstehen sich Zwillinge und Waage? Die Waage und Zwillinge Beziehung ist nahezu perfekt. Sie verstehen sich schnell und einfach, laufen perfekt im Familienleben zusammen, aber eine zu leichtfertige Lebenseinstellung und die Unterschätzung der Bedeutung des Alltags im Leben der Ehepartner können später zu Stattereien führen. Zwillinge und Waage tun gut daran, ihr System der Familienwerte zu überdenken und etwas verantwortungsbewusster zu werden.